Leute, ich habe jetzt nachgeguckt und ich bin der Meinung, dass wir noch nicht hier hinkommen. Ich habe alles probiert, ich habe keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass wir später mit dem Schlüssel mit vier geflügeltem Embryo hier durchkommen. Hier ist ja der Schlüssel mit dem vier, ne nur vier geflügelter Schlüssel. Das heißt, erst müssen wir hier oben lang, dann hier lang und hier werden wir zum Anfangsgebiet wieder zurückkommen. Und dann nehme ich an, dass wir über diese Brücke dann hier auch rein können und dorthin können und das machen. Die Hühner habe ich irgendwie alle aus Versehen ausgerottet. In der Folge will ich jetzt ein bisschen Backtracking im Dorf machen. Heißt, hier oben die Hühner nochmal ausrotten. Ja, hier bei Luisa, da war irgendein Diamant. Den habe ich nicht gesehen, komme ich jetzt nicht mehr hin. Den Brunnen würde ich gerne noch machen. Also, dass wir jetzt in dieser Folge alle Brunnen machen, dass wir die Hühnerchen ausrotten und sonst haben wir Ziegen oder so. Vielleicht, ne. Und oben beim Schloss Benevento, Schmento, da können wir ja bis zur Zugbrücke laufen und ich weiß gar nicht, wo die ist. Bin gerade überlegen. Wahrscheinlich aber hier wird die Zugbrücke sein oder hier. Und dann können wir noch Frische jagen. Na, hier wird es sein. Bei dem Gewässer gibt es Fischis. Die Fische werden wir später noch gebrauchen beim Duke. Deswegen nicht verkaufen. Alle behalten. Aber als erstes gehen wir... Okay, Fische haben eingangs geschlossen. Die Mitrescu. Dann machen wir das. Zuerst. Mir ist das ja wurscht. Ob soll wir gehen überhaupt mal irgendwo hin? Nee. Hier geht es ja zum Duke. Dann muss ich noch zwei Speicherstände laden. Mache ich demnächst, wenn ich abgespeichert habe. Und ich bin auch so blöd. Was ich euch auch noch zeigen wollte ist... Wir brauchen nur noch drei Vögel. Hier ist jetzt leider keiner gekommen. Schade. Ich habe mich ja gefragt, wo dieser Computer herkommt. Warum ist mir damals nicht aufgefallen, wo kommt dieser Computer wirklich her? Und man kann da was machen. Datum 9.02.2021. Protokolliert von NH. Norbert Hagen 11.35 Uhr Ankunft Keine Anzeichen von EWRW Ethan Winters Rose Winters Dorf infiltiert Begegnung mit mehreren Biowaffen Hinweis auf EW gefunden Könnte sein, dass wir entdeckt wurden Aufmerksamkeit von EWRW unbekannt Basis in Kirche eingerichtet Weiteres Vorgehen LBTDK9 Durchsuchung des Labors NHUE Analyse der Pilzproben Alpha Infiltration der Fabrik Fabrikschmick Ja, jetzt will ich nur das abspeichern Noch ein bisschen früh Ah, hier war die Zugbrücke, genau Genau Und da ist Fischi angezeigt, seht ihr? Da ist Fischi angezeigt Ähm Ich will jetzt keine Munition ausgeben Ich hab kaum noch welche Was? Boah Mein stärkster Gegner war immer noch das Schwein Das war ja einmal heftig, wie das mich angegriffen hat Hä, wie kann ich da vorbeischlagen? Hä? Da hinten ist er Oh Oh Du trifft nicht Jetzt aber Filtriert Okay, Fischis sind Weg Was ist eigentlich da? Da schloss Dimitrescu Was hat ja uns sein? Äh, ja Ja, ja Ähm Shit man Ich hab eh so wenig Waffen Nein, ich hab gar nichts mehr Ich wollte ausweichen, es hat nicht geklappt Ich bin Profi des Ausweichens Ähm Da Da Warum melde denn so viel aus? Ernsthaft? Jetzt sterbe ich auch noch Ist der so weit geflogen oder war das der andere? Ich kann aber auch Nicht ausweichen Alter Das war so knapp Wir haben frisches Blut Aber Leider keine Raben Ich brauch noch drei Raben für die Errungenschaft Kannst du dich eigentlich auch mal heilen? Oder hast du keinen Bock drauf? Da oben sind noch Hühner angezeigt Nehme ich natürlich jetzt auch noch mit Und hier ist noch ein Brunnen Habe ich den schon benutzt? Ich weiß es nicht Wir kurbeln mal Und haben eine Halskette mit zwei Fassungen da drin Okay Das ist schön Der Brunnen ist durchgestrichen Das ist schön Hier das Ziegenteil haben wir schon Da ist Hühnchen Stirb Ich habe Hunger Ich frage mich ja, was man mit denen machen kann Weil die sind eingezeichnet Das ist ja nicht so, dass die umsonst hier sind Okay, das war nur noch das eine Hühnchen Ich habe bald alle Tiere ausgerottet hier Das ist auch sehr schön Ja Eventuell Da unten ist noch Ein Brunnen Frage ist Spawnen die Krenviecher wieder zurück Aber die hier sind neu Die Vogelscheuche war ja damals hier Aber diese hässlichen Viecher hier, die waren noch das letzte Mal nicht da Können wir erzählen, was ihr wollt Das ist so kacke Dass ich da nicht reinkomme Weil da ist Nur dieses hässliche Speicherstück hier vorne gleich Da fehlt irgendwas Okay, hier ist nix Dann wahrscheinlich hier lang Und durchs Fenster eventuell Und den Brunnen Hier so Brunnenkurbel Und Jetzt geht's zum Acker Drei Robomben Oberhalb der Kirche Hier findet Geflügel, Kräuter, so wie eine der Ziegen Habe ich Über den Acker zu Luisa Vampire Okay, Brunnen hinter dem Schub Nimm Luisa aus Luisas Halskette oder so Scheint da nicht bei den Schätzen Dann kriegt man ein Luisa Edelstein Okay Finde ich schön Dass ich auch mal Gucken kann Da Stein aus der Halskette Kette mit Oh no I Jasen Oh damn Good Ich bin dabei Ich bin Das war's. 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 mal essen zu hungern heißt zu leben wie heißt es doch so schön klein vieh macht auch mist das sollte reichen kommt zu mir wenn du wie der etwas von wert findest ja ja Okay. 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 Okay.